So, und da sind wir wieder zurück. Ich hoffe, dass wir mit dem Spawn noch zusammen sind. Wir sind mit dem Spawn zusammen. Wunderbar. Ja, das ist doch wunderbar, weil wir sind nämlich, äh, wie nennt man das, ähm, ja, scheiße, vergessen. Ein Dream Team. Ein, ein Dream Team. Ja, jetzt überlegen. Ja, wir müssen direkt hierbleiben, um die zu bewachen. Müssen wir verteidigen? Ja, also geh ich hier hoch und pass auf rechts auf. Nee, nee, nicht da. Geh hier ganz hinten hin. Man kommt da ganz hinten hin, hier. Ja, da kommt man irgendwie hin. Ja, aber ich will lieber hier vorne schon abfangen. Nee, du kannst doch hier oben aus dem Haus die Leute abknallen. Jetzt hättest du snipern müssen, Andi, gerade du. Die laufen schon wieder alle vor und töten die da hinten. Ja, siehst du, wo ich jetzt bin? Oh mein Gott. Ja. Ja, und da ist es optimal fürs Sniper-Pussy. Da kommt schon einer. Von wo? Bei mir, ist er direkt. Ja, ich sehe ihn. Ich sehe ihn jetzt nicht mehr. Habe ich voll getroffen. Der hat nicht mehr viel. Der kommt jetzt von hinter dir. Boah, wir fliegen 16 Granaten bei einem Gegner. Hab dich gerecht, hab dich gerecht. Gut. Nimm einen Sniper. Ja. Habe ich. So. Alles klar. Ja, Leute, wir sind ein bisschen hektisch, weil wir... Ja, geh du hier ans Fenster, meinetwegen. Ich geh da ein bisschen laufen, Andi. Wenn ich sterbe, nehme ich nämlich auch Sniper. Dann guckt einer aus dem Fenster und der andere aus dem Fenster. Drohne gestartet. Markiert feindliche Ziele. Ich glaube, auf dieser Map werden die nicht so die Chancen haben. Oh, was ist jetzt los? Im Sprung, Leute. Habt ihr das gesehen? Ich hab den im Sprung eingedrückt. Jawoll! Hast du mir gerade das Leben gerettet, Alter? Ja. Ich hab einen Schuss gemacht und voll im Kopf getroffen. Sehr schön, sehr schön. Ich lauf hier weiter rum. Nächster Down. Action pur, action pur. Ich glaub, hier die ganze Zeit im Kreis meine Drohne behalte ich, weil wenn ich Switchblade... Wenn ich gleich auf Sniper gehen sollte, hab ich Switchblade. Bla, bla, bla. Nachladen. Franking-Cheater. Da hat wieder jemand einen als Cheater beschrieben. Von rechts kommen sie. Nein! Nein, da war die Schrot leer. Leck mich fett, Alter. Sitze im Haus. Ich nehme jetzt Sniper. Äh, Scharfschütze. Jawoll. Beim Buddy-Spawn. Und jetzt hab ich Switchblade. Nice. Müsste ich jetzt eigentlich haben, ja. Krieg ich aber nicht hier aus dem Haus geschossen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss ich ein bisschen nach unten gehen. Ich wollte gerade sagen, müssen wir überhaupt noch die Bombe hier verteidigen, weil hier irgendwie keiner ist. Da, Switchblade ist raus. Mal gucken, ob ich damit welche kriege. Au, alle so voll grell. Ich seh gar keine Gegner. Rechts müssten die sein, ja. Dich krieg ich, du kleiner Bastard. So, ich gucke hier, Andy. Deiner kommt. Wo rechts, alle. Ja, ich seh sie. Wie sie kommen. Sonst aber nichts. Klart mal gerade nach. Ich hab vorhin schon geballert. Ich könnte dir mal Muni geben, glaube ich. So. Ziemlich ruhig gerade, Leute. Aber wir sind mal gerade der Meinung, wir könnten das ja auch mal so machen. Es ist ja rein nicht die Aufgabe, nur die Bombe zu beschützen. Was anderes... Aber ich glaube, die sind inzwischen hier nur noch auf die Punkte aus. Boah, der Andy, der Andy, der rotzt da oben. Wenn du Muni brauchst, sag Bescheid, Andy. Dann geb ich wieder. Ja, nö. Guck mal nach der Switchblade, ob da irgendwas rumläuft. Oh, jetzt könnte ich dich gut gebrauchen. Sie kommen, Andy. Rechts, rechte Seite. Jawoll! Na, hast du nicht getroffen. Nur erwischt. Ja, nächste Bombe. Wir müssen raus. Oh. Alles klar. Uh, das wird schwierig. Da sind die nämlich alle. Ja. Ja, wir probieren's. Hinter mir? Ja, ich lauf direkt hinter dir her. Da sitzen welche, Andy. Ist alles gut. Hab mich schön hingeschmissen und hab ihn dann getroffen. Oh, das wird schwer. Das wird schwer einzunehmen. Oh ja. Oh ne. Komm bei mir ins Haus, wenn du Lust hast. Ich kann so ein Gegner hin. Wo seid ihr? Ja, das frage ich mich auch hier. Ich hab wieder das Switchblade. Aber ich glaub, den hebe ich mal grad auf. Ich bin unter dem. Vorsicht. An dem Haus gegenüber. Nein. Fuck you, Alter. Liegt meine HE da noch? Meine... Ja, ich hab noch mitgenommen den Steiner. Nne, 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 nne. Steiner, du kleine Pussy. Du hast was gefressen. Tja, la, la. Aua, da... Vorsicht, unten. Ja, 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 ja. Lass mich doch erstmal hoch da. Brauchst doch nur die Dinger da hinlegen. Oh, du sagst. So, ich hab schon zwei hingelegt. Das Ding ist vermint hier, Alter. So, jetzt gehst du einfach weg. Brauchst doch nicht mehr gucken. Guck doch aus dem Fenster. Scheiße. Ich hab mich selbst hochgejagt. Ja. Da hat einer grad ne HE reingeworfen. Ich spawne bei dir, dann leg ich sofort da wieder neue hin. Jo, da liegen schon wieder neue. Mein Switchblade ist irgendwie weg. Ich hatte doch einen schon. Wohne gestartet. Man hier feindliche Ziele. Andi? Ja? Wenn du mal Lust hast, kannst du mal nach oben kommen und mal gucken, wie ich hier stehe. Ich stehe draußen, außerhalb des Hauses. Tatsächlich. Guck doch mal nach oben. Guck doch nicht mal das an hier. Aber ich sehe keine Gegner. Das ist doch grad mal richtig assi. Ja, sorry Leute. Das einzige, was wir hier machen, sind Punkte holen. Ja. Leute, da können wir jetzt gar nicht zu ihr seht. Der Server ist wirklich voll. Steiner hat auch schon aufgehört. Ähm. Ja gut, er wurde auch ständig weggefrackt. Ist halt in dem... ...negativen Squad. Aber irgendwie versuchen die nicht mal in die Bombe zu gehen. Ich versuche mich auch mal wieder ein bisschen zu bewegen. Ist grad ein bisschen eintönig hier. Atalerie! Komm von oben, links. ...gerade ein bisschen eintönig hier. Macht grad keinen Spaß, wenn ich gerade ganz ehrlich bin. Ich glaube, ich habe noch keinen Kill gemacht. Doch, das mit der... ...mit dem Gewehr, äh, mit der Pistole. Dommerhakt habe ich ihn. Ja, die rotzen die Leute auch direkt am Spot weg, Andi. Also, ja. Ja, ist einer an der Bombe. Wir müssen nur noch die nächste Position halten. Wenn das, das ist, oben das Haus nehmen, wenn du noch Minen hast. Ne, bringt dir nichts. Von hier siehst du nichts. Okay. Aber... ...den Pussy wahrscheinlich, wo wir vorhin waren. Ja. Ja, da siehst du auch nichts. Da ist eine Wand. Ja, ja. Der Block... So. Na, aber ich setze mich hier hinten hin. Hier. Ja. Hier sehe ich alles. Von hinter dir können sie aber auch kommen, ne? Ja, ja. Da sitzen noch andere. Na, da kommen sie. Puh, sie ist selber einer getötet. Oh, lol. Ich gucke hier runter. Noin. Das ist gerade ein bisschen eintünig, Leute. Ja, und die nächste Runde ist ja wieder dieser Map, nur dass wir angreifen müssen. Verteidigen ist halt ein bisschen langweilig. Das muss man eindeutig gestehen. Vielleicht hätte man auf manchen Maps sind doch 20 Slot besser. Auf manchen sind halt wirklich nur 10 Slot, äh, 16 Slot besser. Apache? Hast du? Ja. Ja, dann ab. Apache, der hat sich. Den kannst du... So unterwegs. Den kannst du aber nicht steuern. Doch! Noch nicht. Ah, das ist wieder das kleine Teil, Leute. Gegner! Wo sind die Gegner? Tango getroffen. Perfekt. Oh, Alter, schießt was auf uns. Unter uns direkt. Ja, ich hab sie. Links. Ja, du musst ihn steuern, ne? Ja. Jo, das war's. Nice. Ich hau jetzt nochmal ein Switchblade raus. Und Switchblade raus. Muss ja mal gucken, wo welche sind. Da. Nein, da bin ich nicht über die Kante weggekommen. Scheiße. Was haben wir denn jetzt? 14-3. Ja, leck mich am Arsch, Alter. Du 14-1. Gut weggerockt haben wir's, eh. Klar spielen wir jetzt nicht so alt. Oh, da kommt einer. Hör mal hier die MP in der Hand, nehmt das Maschinengewehr. Äh, die Maschinenpistole. Andi, hinter dir, dreh dich um. Habt ihr nicht erwischt? Ja, ich auch nicht, aber egal. Wir haben schon gut gerockt. Mit dem Hubschrauber. Da ist der Nächste schon in der Luft, ne? Mit irgendjemand anderem. Das ist auch ein Apache? Ja. Ja. Oh mein Gott. Die haben alle keine Chance. Wieso kann ich nicht heilen, Andi? Weil ich voll bin und alles habe. Äh, jetzt hab ich. Gut. Ne, ich hatte schon voll Schaden bekommen, deswegen. Hinter uns. Tatsächlich, Sprengsatz. Recht zu uns. Äh. Ey, schießt schneller, wie ich mir das Sniper schießen kann. Wie geht das denn? Ja. Macht er. Ja, das ist... 100 Schuss pro Sekunde. Keine Ahnung, was der für eine Waffe hat. Aber auf jeden Fall. D, D, M, 4 oder so. Auf jeden Fall ist die Runde gleich auch schon wieder zu Ende. Was tot. Dann komm zu mir, ich stehe hier. Links. Ruhig, Hörse. Dann mich auch nicht reizt zu mir. Ja, manchmal... Ich muss sie immer wieder drücken, dann geht's. Ja, die sitzen alle im Haus. Ja, gut, dann räumen wir da jetzt auf. Jawoll. Ja, ich sage dann, bis zum nächsten Mal. Mal schauen, was wir jetzt spielen gehen. Ob wir weiterhin noch Krisengebiet spielen. Oder ob wir vielleicht das andere spielen. Mal sehen, mal sehen. Bis gleich. Tschaui, laui.